Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine kleine Produktvorstellung. Ich habe mir von der Firma Urberg ein Taschenmesser bestellt für meine nächsten Touren, die ich schon geplant habe. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich zeige es euch einfach mal und mache eine Vorstellung. Das ist einmal das Urberg Messer, Klingenlänge 85 cm, Gesamtlänge 112 cm und das Gewicht hat 130 Gramm. Ich muss sagen, ich bin mit dem Messer wirklich super zufrieden. Das kannst du wirklich für alles benutzen, was du möchtest. Das Messer ist mega scharf, hat eine große Klinge und eine kleine. Hier gibt es was für eine Gürtelschlaufe. Das heißt, du kannst das Messer einfach hier oben reinstecken in die Hose und dann ist das Messer bei dir. Das ist einfach mega schön das Messer. Ich bin wirklich zufrieden, dass ich sowas ausgesucht habe für mich. Eine richtig gute Klinge. Ich muss sagen, ich bin echt zufrieden und ich kann euch das jedem nur empfehlen. Für 13,90 Euro kann man im Internet das bestellen, kann man über Klana, über Rechnung, über Bankeinzug, also Lastschrift, kann man dieses Messer kaufen und wird dann davon halt abgebucht. Es gibt bei der Firma nur das in Schwarz. Das gibt es nur in Schwarz und keiner anderen Farbe und das macht das einfach mega genial. Schaut auf jeden Fall gerne mal bei Oberg vorbei und ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da. Abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst. und haut rein.